Die Seilbahn! Schnell, Emily! Die Zeit ist knapp! Als du hier ankamst, Sally, blieb eine Tür offen. Und nur einer kann hindurchgehen. Du kennst die Regeln, Sally. Niemand kann ohne Ticket mitfahren. Was? Nein! Wir haben so viel durchgemacht! Und nur eine von uns kann gehen? Sally, du weißt, warum du hier bist. Gib Emily dein Ticket. Bring es in Ordnung. Beeilung! Nur eine kann das Ticket benutzen. Und was jetzt? Wenn ich in die Seilbahn steige, muss Emily hierbleiben. Wenn ich Emily das Ticket gebe, setze ich fest. Hm. Was ist das? Sally, kann ich es mal sehen? Ich kann ihm das Ticket geben. Aber was wird er tun? Was hast du denn da, Sally? Wo hast du das her? Das Material ist nicht von hier. Es kommt von außerhalb. Doch diese Welt hat es verändert. Es zu etwas ganz Neuem gemacht. Ich glaube... Ich glaube, damit kann ich etwas tun. Hier. Nimm Emily und verlass diesen Ort. Gemeinsam. Danke. Geht nun. Schnell. Geht! Sally? Ja? Ich war so sauer auf dich und hatte Angst und war allein. Emily. Mir tut so leid, was ich dir angetan habe. Wenn ich nur... Es ist okay. Du hast mich gerettet. Danke. Ich war so sauer. Was ich dir? Entdeck lud. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020